Mein Name ist Cemal Beceri, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Pippinzirid, wohne in Fürstenverbruck und spiele im Mittelfeld. Der Kontakt ist durch Herr Wassermann gekommen und Karac und dann bin ich hier gelandet. Die sportlichen Ziele, denke ich mal, müssen einfach Spiel zu Spiel denken, jedes Spiel gefunden und schauen, was am Ende da rauskommt, das Beste draus machen. Ich versuche langsam in die Mannschaft reinzukommen, natürlich komme ich von Unterklassen gegen den Verein und versuche mal in die Mannschaft reinzukommen.